Und ich habe gesagt, ich kann nicht atmen. Und er so. Ich habe eine Körperspannung wie eine Kuh, aber eine Power wie ein Stier. Also es hat richtig Bock gemacht, aber ich kann es halt überhaupt nicht. Schau Mama! Ihr Gesicht! Mamas Gesicht ist so gut hier. Schau mal, diese kleine Strähne! Schau mal, diese kleine Strähne, die ist ja wittlich!